Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Trashies, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ich wieder eingeschaltet habe zu den neuesten Trash News. Und nachdem wir heute, hier seht ihr sie, zwei doch sehr aufregende Videos hatten, jetzt mal ein Video ein bisschen, um den Puls wieder runterzubringen. Denn wir sprechen über Maurice und Cecilia, da gehen bei einigen der Puls auch wieder hoch. Aber die beiden haben ein lustiges, beziehungsweise Maurice hat ein lustiges Q&A gemacht, wo die Zuschauer ihm seine schmutzigen Geheimnisse verraten konnten. Darauf hat er reagiert, das gucken wir uns mal an. Und Cecilia spricht auch nochmal über die Situation rund um Kampf der Reality Stars Folge 7. Die müsste ja eigentlich, glaube ich, schon irgendwie jetzt ausgestrahlt worden sein, bin ich der Meinung. Wenn ich mich irre, abschalten, ja, dann haben wir einen Spoiler vielleicht mit dabei. Aber ich glaube, inzwischen ist die Information bei allen auch schon durchgesickert, meine Lieben. Und wenn ihr jetzt sagt, mein Stenny, vielen herzlichen Dank, wir stehen auf täglich dreimal Trash News, weil er es so nötig hat, dann wird euch herzlich eingeladen, euch dieser mittelgroßen Trash-Familie anzuschließen. Mit dabei Katzenreporter Liam, der pennt ein bisschen, ja, der hatte eine aufregende Nacht hinter sich. Die aufregende Nacht, die hat er auch Maurice. Da gucken wir mal rein. Also, wir brauchen das Katzenreporter-Tablet und wir gehen, nee, falsch, das Katzenreporter-Handy. Einmal mit Profis und gucken mal in die erste Frage. Uh, da war der falsche. Aber den wollen wir nicht mehr. Nee, den wollen wir sehen. Maurice, und zwar erzählt uns, euer schlimmstes Geheimnis bleibt natürlich anonym. Ganz kurz, wenn ihr mir hier euer schlimmstes Geheimnis in die Kommentare schreibt, könnt es alle lesen. Macht das Spielchen nicht mit, aber gucken wir mal rein, was hier jemand geschrieben hat. Hier schreibt eine, klaue immer Lebensmittel, bin Azubi und wohne alleine mit zwei Weinsmilies. Und da schreibt Maurice dazu, klauen sollte man nicht, denn das ist nicht der richtige Weg. Ich finde es sehr schade, dass trotz harter Arbeit mehreren Jobs man nicht über die Runden kommt. Und das kann es nicht sein. Da muss sich definitiv ändern. Sondern ich wünsche dir viel Erfolg in der Ausbildung und hoffe, dass es dir bald finanziell besser geht. Das war jetzt selbstverständlich keine Frage, die lustig war. Ganz im Gegenteil, das ist wirklich auch höchst dramatisch, wenn das Geld einer Lehre nicht ausreicht. Ich erinnere mich an meine Ausbildung. Ja, ich habe in meinem ersten Ausbildungsjahr 410 Euro verdient, was eigentlich damals schon eine Menge war. Ich bin, also ich habe eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Im zweiten Lehrjahr war ich bei 490 Euro und im dritten Lehrjahr war ich dann bei 520 Euro. So war irgendwie die Staffelung. Ja, das war wirklich schon, also ich weiß, dass andere, die jetzt zum Beispiel bei größeren Discounter ihre Ausbildung gemacht haben, die haben sogar noch mehr Geld verdient. Aber das war so, was ich damals verdient habe. Heute ist das alles natürlich auch ein bisschen gestiegen, aber auch angepasst an der aktuellen Lage ist es immer noch zu wenig. Dann haben wir, habe mich mal ausgesperrt und in den Blumentopf von Nachbarn gekackt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles stimmt. Maurice schreibt, dann brauchen sie keinen Dünger mehr kaufen für die Blumen. Bodenlose Frechheit. Leider, leider ist das alles ja nicht bodenlos, wenn ich in den Nachbarstopf meines Nachbarn reinbote. Und das wäre bodenlos, wäre es ja nicht so schlimm. In dem Fall ist es ja nicht bodenlos. Dann haben wir, früher meine Ex fremdgegangen, aber habe daraus gelernt und es nie wieder gemacht. Da schreibt Maurice zu, fremdgehen geht nicht, Menschen machen Fehler und ich hoffe, dass du aus deinem Fehler gelernt hast, weil das ist mit einer der schlimmsten Sachen, was man einem Menschen antun kann. Ich wünsche dir alles Gute, hoffentlich findest du den richtigen. Ich finde, also ja, Maurice, moralischer Kompass, man nennt ihn ja auch nicht mehr Maurice, sondern Moralis. Ja, ich glaube, der ist auf dem richtigen Weg, unser lieber Moralis. Oh, ich habe jetzt einen Krampf am Fuß. Das kam unerwartet. Das kommt von meinem vielen Laufen, habe ich immer mal wieder so Wadenkrämpfe. Da hilft Magnesium. Ja, also Moralis ist unterwegs und hat hier auch ordentlich was zu sagen. Gehen wir in die nächste Frage. Habe was mit einem 42-Jährigen, bin 21 und er ist verheiratet und hat Kinder. Da schreibt Maurice zu, erkenne deinen Wert. Viel wichtiger ist, versetz dich mal in ihre Lage. Behandle jeden Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Denk immer daran. Und auch hier hat Moralis recht. Ja, auch ich finde dieses Verhältnis grundsätzlich nicht schlimm. Wenn ein Mann 42 ist und sie ist 21 oder umgekehrt, ist das völlig legitim. Allerdings, wenn dann hier jemand in einer festen Partnerschaft, Ehe ist, Kinder hat etc., dann sollte man selbst auch dieses Bedürfnis ein bisschen drosseln und hier in diesem Teich nicht fischen. Aber natürlich auch der Vorwurf an denjenigen, der in einer Partnerschaft ist, sollte natürlich nicht so sein, dass man hier in irgendeiner Form diesen Kontakt zulässt. Dann haben wir noch, beim Schwubilup hatte ich einen Krampf im Hintern. Ja, mein Fuß klemmt. Ein Krampf im Hintern und hier schreibt Moralis, Bruder, Hand aufs Herz, jeder war schon mal in der Lage. Ich hoffe, du hast trotzdem durchgezogen. Denk immer daran, Mund abwischen, weitermachen. Ich kenne den Spruch, Krone richten und weitermachen. Ich weiß nicht, was Maurice sich am Mund abwischt. Dann bin alleinerziehend mit zwei kleinen Kindern, gehe Vollzeit arbeiten, trinke aber sehr oft. Also wieder etwas, was sehr ernst ist. Und das ist, glaube ich, das, was mich daran so ein bisschen stört. Ist so diese Achterbahn zwischen ernsten Themen, wo man dann auch sofort umschwenken muss in seiner Moderation, um dem auch einen nötigen Respekt zu geben. Und dann wieder diese Themen. Ich habe in den Blumentopf meines Nachbarns gemacht. Maurice schreibt, es ist schon mal gut, dass du es erkennst. Es wäre jetzt gut, wenn du weitere Schritte in die Wege leiten würdest, beziehungsweise dir Hilfe holst. Du bist eine starke Frau. Denk daran, du kannst alles schaffen. Du hast deine zwei Kleinen an deiner Seite. Denk immer an sie. Sie werden dir Kraft geben, die du brauchst. Es wird nicht einfach werden. Ich wünsche euch vom ganzen Herzen alles Gute und viel Kraft. Ansonsten hätte ich mir vielleicht, ja, vielleicht noch gewünscht, dass Maurice entsprechende Telefonnummern für den Erstkontakt, für die Hilfe noch poste. Das wäre vielleicht nochmal ein guter Move gewesen, als nur nette Sachen zu schreiben, was auch schon ein guter Weg ist. Aber ich glaube, hier entsprechende Kontaktdaten zu posten, zu anonymen Suchtstellen, Erstberatung etc. hätte, denke ich mal, das Q&A dann ein bisschen noch mehr an Ernsthaftigkeit gegeben. Dann bin beruflich Domina und niemand weiß es. Ich liebe es, aber Familie ist zu konservativ. Zitat Ende. Also hier ist nicht jemand von beruflich Domian. Das wäre dann so mein Fall. Ich bin beruflich so wie Domian, zumindest was unser Telefon live betrifft. Nein, hier haben wir eine Domina. Ja, das ist auch nicht der weibliche Domian. Das ist was anderes. Und hier schreibt Maurice, ich soll dir von meiner Frau ausrichten. Sie sollte dir auch mal den Hintern versohlen. Bodenlos. Ähm, ich weiß jetzt ehrlich nicht, was da bodenlos ist, wenn man eine Domina ist. Das mag sein, dass es Menschen vielleicht nicht gut finden. Aber es gibt auch Menschen, die finden auch andere Berufe nicht gut und andere Jobs nicht gut. Klar ist Domina jetzt nicht, weiß ich nicht, so häufig wie vielleicht der Bäcker. Ja, wobei, da könnte man sich auch drüber streiten grundsätzlich. Finde ich das jetzt nicht bodenlos, wenn man vom Beruf Domina ist. Wenn, 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 ne. Gut, das erstmal zu dem ganzen Maurice Schabernack. Ich wollte euch das mal einfließen lassen, um euch zu zeigen, Maurice kann auch anders. Dann gehen wir jetzt mal zu Cecilia rüber. Denn aktuell, wenn wir über Kampf der Realty Stars sprechen, sprechen wir automatisch über die zwei Bonnie und Clyde. Könnte man sie ja nennen. Und Cecilia hat ein paar Fragen beantwortet aus dem aktuellen Format. Sie wurde gefragt, wie haben die Leute wegen des Geldes von Kampf der Realty Stars reagiert. Das Reel war Weltklasse. Und sie schreibt, Maurice erste Aussage, warum hast du mir nicht mehr für mich hinterlassen? Du überweist mir doch sicher noch 1000 Euro auf Paypal. Einige andere sagten direkt nach den Dreharbeiten, ah ja, ich wusste, dass alles gut es ist. Nicht das echte Leben. Direkt nach Ausstrahlung gehen sie live. Oh mein Gott, sie sind so fake. Sie sagt immer, sie ist so real, so real. Aber sie hat Geld gestohlen und uns belogen. Habt ihr das gesehen? Jetzt könnt ihr endlich die wahren Gesichter von Cecilia und Maurice sehen. Oh Gott, was hat sie denn so lange antworten? Maurice und ich so angestoßen und Alex, ich würde das niemals tun. Ich bin stark, wusstet ihr, dass ich so und so bin. Ich, 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 ich und mache andere, denn war es scheißegal und sagten, hätte ich auch gemacht, war nur mehr, was? Egal und sagten, hätte ich auch gemacht, war nur nicht mehr dabei. Zitat Ende. Gott, ich hoffe, es wird jetzt besser. Was will sie uns damit sagen? Sie ist immer noch der Meinung, dass das mit dem Geld alles nicht so wild ist. Und das ist ja auch meine persönliche Meinung. Also noch einmal, um das noch einmal abschließend zu sagen. Alles, was nach dem Geldthema war, dieses Schwören auf Familie und auf Gott und das, das war schon too much. Aber in einer Spielshow, wenn man vor die Wahl steht, sich das Geld zu nehmen, dann ist das Teil des Spiels. Und es ist nicht Diebstahl. Ich muss es nochmal so sagen. Es gibt so Kommentare unter meinen Videos, da wurde geschrieben, doch, das ist Diebstahl und da wird dem Gewinner das Geld abgezogen. Nein, das Geld gehört dem Gewinner zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht. Das schmälert die Gewinnsumme ja, aber das hast du in jeder Gaming-Show ja auch. Das ist ja trotzdem kein Diebstahl. Wenn das ein Teil des Spiels ist, was im Regelwerk verankert ist, wo man denn sich das Geld im Rahmen des Spiels nehmen kann, ist es kein Diebstahl, sondern Teil des Spiels. Das verstehen halt einige Leute nicht. Das ist mir nicht ganz klar. Ich weiß, dass die Meinungen extrem auseinander gehen, wie denn damit denn umgegangen wurde. Das ist absolut, da kann man drüber absolut diskutieren. Aber das ist kein Diebstahl. Es ist Teil des Spiels und die Gewinnsumme wurde dadurch kleiner, was aber so vorgesehen war von der Produktion. Ganz einfaches Thema. Gut, genug um Kopf und Kragen geredet. Gehen wir weiter. Da würdest du bei Promi-Büßen mitmachen. Und hier schreibt sie, Oliver Soh, Doppelpunkt, wieso hast du alle in der Saala belogen, dass du das Geld nicht genommen hast? Du musst büßen, weil der Etagenchef euch zwar angeboten hat, Geld zu nehmen und dann auch noch gesagt, dass er es auch keinem sagt, um nicht wegen so etwas rauszufliegen, aber Büße, weil viele bis heute noch deswegen leiden, weil sie es so schlimm finden und really Menschen machen das nur, wenn die Kamera aus ist, wenn das eine Buße ist. Ja, warum nicht? Zitat Ende. Also ich sehe jetzt Cecilia auch nicht bei dem Thema Promi-Büßen irgendwie mit dabei. Das ist jetzt auch nichts, wo ich sage, das ist jetzt etwas, was man büßen soll. Kann man ja auch nicht. Man kann ja jetzt nicht ein Dani Büchner verhalten. Ja, und in Fachkreisen nennt man sie auch schon Dani Büchner. Ja, wegen Büßen. Dani Büchner, versteht ihr? Die da wirklich hingehört hat und danach sich auch nichts verändert hat. Oder eine Cecilia, die jetzt im Rahmen einer Gaming schon Geld genommen hat. Ja, dass sie allerdings gesagt hat, dass ihr die Meinung der Zuschauer scheißegal ist, darüber sprechen wir aber trotzdem gleich nochmal. Meinung zu Maurice. 2024 ist ein Jahr und ganz Deutschland sieht endlich, was für ein geiler Entertainer er ist und das Air Force TV gemacht ist, weil er einfach Maurice ist und sich selbst immer treu bleibt. Menschen wollen keine gestellten, perfekten Leute sehen. Sie wollen echte Menschen mit Ecken und Kanten. Bei KDRS-Event wurde er von bestimmten Leuten, die sich immer als Helden darstellen, im Kino ausgebucht. Das hat mich so wütend und traurig zugleich gemacht und ihr da draußen bejubelt ihr ihn wie ein Superstar. Das macht mich happy. Ich freue mich immer, wenn Menschen um mich herum den Erfolg bekommen, den sie verdienen und den hat er jetzt verdient. Zitat Ende. Also, Thema Maurice. Ja, auch meine Meinung hat sich zu Maurice verbessert. Das muss ich wirklich auch ehrlich so anerkennen. Im Sommerhaus der Stars war er bodenlos. Das muss man auch so sagen. Der Umgang mit Ricarda war das allerletzte. Die Art und Weise, wie er mit ihr geredet hat, war das allerletzte. Ich hätte nur kotzen können. Aber ich bin auch nicht der Typ, der sagt, wenn man einmal missbaut, dass ich ihn darauf nur noch reduziere. Nee, jeder Mensch verdient natürlich dann auch nochmal eine neue Bewertung, eine neue Betrachtung. Und die hat bei mir, zumindest Maurice, auf jeden Fall erfolgreich bestanden im Kampf der Realty Stars. Dann magst du die Neue von Maurice. Und hier schreibt Cecilia, ich sage immer zu Maurice, dass er ein kleiner Junge damals sich auf ein Blatt Papier geschrieben hat. Lieber Gott, so soll meine spätere Frau werden. Und sie ist einfach genau so geworden, wie auf einem Traumzettel. Er sagt ja immer, ich brauche eine Löwin, die immer an meiner Seite steht und zu mir hält. Glaubt mir, das ist eine Löwin wie im Buch. Ich liebe die beiden so sehr als Paar. Ja, wir haben ja vor kurzem über die besagte, noch nicht bekannte Freundin von Maurice gesprochen. Und ja, jeder Mensch verdient es glücklich zu werden. Und wenn Maurice glücklich ist, dann ist es das Richtige. Dann hast du Hate-Nachrichten bekommen, weil du das Geld genommen hast. Und da schreibt Cecilia, 90% Liebe. Aber eh, ich wusste auch, dass es auch diese 10% gibt, die wie in der Sala, die sagen, oh mein Gott, du hast dein Gesicht verloren. Ja, lasse ich jetzt mal umkommentiert, haben wir schon oft genug drüber gesprochen. Und ja, das war jetzt erstmal das große Thema. Vielleicht nochmal hier, du warst der Inbegriff von Real für mich. Warum hast du bloß das Geld genommen? Und hier schreibt sie noch, meine Freundin meint der letzten Cecilia. Als du zuerst gesagt hast, dass du das Geld nicht genommen hast, dachte ich mir, oh mein Gott, ist sie gerade so fake. Denn das ist nicht die Cecilia, die ich kenne. Also sorry, ich muss dich enttäuschen. Ich bin mir treu geblieben, aber für dich unreal geworden. Leute, versteht mich nicht falsch. Ich glaube daran, dass es auch Menschen gibt, wenn die Kamera aus gewesen wäre, hätten sie das Geld nicht genommen. Aber das ist vielleicht 2% von 100%. Ich habe meine Augen geschlossen und mir selbst gesagt, Cecilia, wenn die Kamera aus wäre, wirst du es nehmen. Und die erste Stimme so, ja, ich so super, gib her die Kohle. Zitat Ende. Also, es ist das Thema, was seit langem schon jetzt im Internet umherläuft. Hier habt ihr dann noch mal ein ausführliches Statement von Cecilia zu dieser ganzen Geldnehmensituation. Auch ich wurde dafür kritisiert. Das ist aber völlig in Ordnung, weil ich ein Meinungsblogger bin. Ich kann nicht immer einer Meinung aller sein. Und wenn ich halt sage, ich für mich empfinde, das Geld aus einer Spielshow zu nehmen, als kein Diebstahl, sondern als Teil des Spiels, ist das für mich halt einfach meine Meinung. Und wenn man das anders sieht, ist es doch wirklich völlig in Ordnung. Da braucht man sich ja auch nicht drüber diskutieren und streiten. Ich akzeptiere ja auch die Meinung, dass man sagt, nee, ich sehe das anders. Das war Diebstahl, ich akzeptiere das ja. Ich sage, okay, dann siehst du das so. Ist okay. Fertig aus. So einfach kann das sein. Und für mich ist es halt kein Diebstahl. Und ich freue mich, dass Maurice und Cecilia hier eine Freundschaft wohl feiern. Ja, so zumindest kommt mir das vor. Wohin uns das allerdings führt, das bleibt abzuwarten, meine Lieben. Aber auf eines könnt ihr euch verlassen. Ihr werdet es auf meinem Kanal erfahren. Also es lohnt sich, hier dran zu bleiben, den Kanal zu abonnieren für weitere Thrasher-Lights. Ich sage jetzt erstmal Tschüss, kümmere mich mal um den Lause-Kater da oben. Und freue mich, wenn wir uns wiedersehen morgen früh um 8 Uhr zum ersten Kaffee. Ich werde definitiv da sein. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.